Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Sie hören kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ich bin Benjamin Gollmer. Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Maskenpflicht, Wirtschafts-Lockdown, Schulschließung, Restaurantverbot für Ungeimpfte. Die Corona-Zwangsmaßnahmen schnitten tief in das Leben und die Grundrechte der Deutschen ein. Die jüngst freigeklagten Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts zeigen, Viele dieser staatlichen Zwangsmaßnahmen waren unwirksam und richteten großen Schaden an. Und die Zensur der Dokumente wirft weitere ernste Fragen auf. Das Thema der Woche in der neuen Jungen Freiheit, heute online auf JFDE und ab Freitag am Kiosk, für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Und da beginnen wir mit einer Straßenumfrage. Sie wurde durchgeführt im Jahr 2022. Die NGO Human Society International hat in Berlin gefragt, was Passanten über die Trophäenjagd denken. Also darüber, dass deutsche Jäger nach Afrika reisen und dann mit Jagdtrophäen zurückkommen. Absolut verbieten. So etwas ist völlig aus der Zeit gefallen. Muss verboten werden. Ich hätte gedacht, dass das schon mal verboten ist. Das widerspricht doch total dem, wofür es da sein soll. Naturschutz heißt doch nicht, dass ich bedrohte Tierarten importieren darf. Aber es geht nicht nur um bedrohte Tierarten, es geht auch um Elefanten. Und die werden in Afrika zur Plage, sagt jedenfalls der Präsident von Botswana. Er hat angekündigt, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Mehr dazu erfahren wir von Wolfgang Drexler. Er lebt in Südafrika und ist Auslandskorrespondent für Wirtschaftsmagazine. Außerdem bei uns, wir sprechen über den Film Climate the Movie. Dieser Film geht knallhart mit der These vom menschgemachten Klimawandel ins Gericht. Wir hören nun einen Ausschnitt, den ich danach übersetzen werde. Die beiden Wissenschaftler haben über den Zusammenhang von CO2-Konzentration und Temperaturen gesprochen. Wenn das CO2 für den Anstieg der Temperaturen verantwortlich wäre, dann müsste zunächst die Konzentration steigen und dann die Temperaturen. Aber der Effekt ist genau gegenteilig. Wenn das stimmt, wäre der Temperaturanstieg gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Er will erreichen, dass der Geheimdienst die Beobachtung des Vorsitzenden der Werteunion einstellt. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Hans-Georg Maaßen klagt gegen den Verfassungsschutz. Auf den ersten Blick eine kuriose Meldung. Schließlich war Maaßen Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Seine ehemaligen Mitarbeiter sind aber seit längerem gegen ihn tätig. Material wird gesammelt und er wird als rechtsextremes Beobachtungsobjekt geführt. Dagegen setzt sich der Gründer der Werteunion nun zur Wehr. Er hat Klage und Eilantrag eingereicht. Dr. Hans-Georg Maaßen war nicht nur Spitzenbeamter, er ist auch Volljurist und wird uns sein Vorgehen nun erklären. Herr Maaßen, guten Tag. Guten Tag, Herr Gollme. Eilantrag und Klage am Verwaltungsgericht Köln. Was wollen Sie damit erreichen? Herr Gollme, kurz nachdem bekannt wurde, dass ich die Partei Werteunion gründen würde, das war Anfang Januar, wurde bekannt, dass Daten über mich beim Verfassungsschutz gesammelt werden. Ich hatte den Verfassungsschutz aufgefordert, mir darüber zu berichten, was für Daten gesammelt werden und ist ein 20-seitiger Bericht mir zugeschickt worden. Ein Bescheid, in dem minutiös dargestellt wird, was ich mal gesagt habe, was getwittert worden ist von mir, was andere über mich gesagt haben. Ich habe es im Netz hochgeladen, jeder kann sich darüber mal schlau machen, was der Verfassungsschutz über mich sammelt. Das ist überhaupt nichts Extremes, noch nicht mal irgendwas Radikales. Das ist das, was Millionen in Deutschland gerade zur Migrationspolitik denken. Aber das sammelt der Verfassungsschutz über mich. Und zeitgleich wurde dann in der ARD und in anderen Medien gesagt, Maaßen sei ein rechtsextremes Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Und das ist für mich der Grund, gegen den Verfassungsschutz zu klagen. Der Verfassungsschutz darf nicht einfach so Daten über Bürger sammeln, über Einzelpersonen nicht sammeln und schon gar nicht Daten, die belanglos oder rechtlich belanglos sind, die nichts zu tun haben mit dem Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes. Und darum geht es in meiner Klage. Ich möchte, dass der Verfassungsschutz sich rechtmäßig verhält, nicht Daten über mich sammelt. Und ich muss befürchten, dass ich nur die Spitze des Eisberges bin, wenn der Verfassungsschutz sich anmaßt, Daten über mich zu sammeln, die eigentlich nicht in seine Zuständigkeit fallen. Dann wird es wahrscheinlich auch mit vielen anderen machen. Maaßen klagt gegen den Verfassungsschutz. Die AfD klagt auch gegen den Verfassungsschutz. Das bringt Ihnen sofort einen neuen Vorwurf ein. Delegitimierung staatlicher Institutionen. AfD und Sie attackieren den Verfassungsschutz, um Ihre Anhänger dann gegen die Behörde aufzuwiegeln. Und das wiederum ist ein Grund zur Beobachtung vom Verfassungsschutz. Haben Sie diese Argumentation schon mal gehört? Ja, ich habe sie gehört. Die ist vor ein paar Jahren aufgebaut worden von meinem Nachfolger, Herrn Thomas Haldenwang. Er ist der Auffassung, dass die Delegitimierung des Staates ein Grund sein kann, dass der Verfassungsschutz Einzelpersonen beobachten kann. Ich halte das nicht nur für rechtswidrig. Ich halte es nicht nur für verfassungswidrig. Es ist sogar verfassungsfeindlich aus meiner Wahrnehmung. Und das aus mehreren Gründen. Erstens, der Verfassungsschutz ist zuständig für die Beobachtung von Bestrebungen. Bestrebungen sind grundsätzlich nur Personenzusammenschlüsse. Gruppen, Banden, meinetwegen auch noch Parteien, aber keine Einzelpersonen. Einzelpersonen können per se keine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein. Das ergibt sich letztendlich auch aus der Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz, dem sogenannten Trennungsgebot. Die Polizei ist zuständig für Einzelpersonen und kriminelle Banden. Aber der Verfassungsschutz beobachtet keine Einzelpersonen, sondern letztendlich nur Bestrebungen, die gefährlich sein können. Hier wird an mir ein Exempel statuiert, sondern eine Einzelperson wird beobachtet. Das Zweite ist, die Delegitimierung des Staates und die Verächtlichmachung von Regierungsvertretern kann kein Grund für den Verfassungsschutz sein, Personen oder Bestrebungen zu beobachten. Kann es nicht sein. Sondern es geht um die Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und es kann nicht darum gehen, welche Mittel man einsetzt. Also Delegitimierung und Verächtlichmachung sind letztendlich Mittel zu einem bestimmten Zweck. Sondern es kann nur darum gehen, ob man diesen Zweck und das Ziel verfolgt, Systemüberwindung. Das kann durch Gewalt geschehen, das kann durch Unterwanderung geschehen. Aber allein das Mittel anzustellen, Delegitimierung kann nicht ausreichend sein, für den Verfassungsschutz jemanden zu beobachten. Dann müsste man auch einen Karnevalsredner beobachten, weil er natürlich die Bundesregierung durch seine Reden delegitimiert. Dann müsste man sehr, sehr viele Leute beobachten. Auch wenn sie letztendlich kein anderes Verfassungssystem wollen. Sondern sie wollen sich einfach nur lustig machen und sie wollen bestehende Missstände anprangern. Wenn eine Person jetzt sagt, also der Verfassungsschutz wird politisch missbraucht und außerdem hat der Verfassungsgerichtspräsident sich vor einer wichtigen Entscheidung mit Angela Merkel getroffen. Das heißt, der ist ganz sicher befangen und macht eigentlich das, was die Regierung will. Gewaltenteilung ist aufgehoben. Die Regierung handelt zuwider den Interessen ihres Volkes. Das sind dann ja schon mehrere Punkte, die man dann wiederholt und gegen staatliche Institutionen sich wendet. Würden Sie sagen, so jemand ist dann ein Fall für den Verfassungsschutz? Nein, darf es auf keinen Fall sein. Wenn man sagen würde, ich lehne die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und will einen sozialistisch totalitären Staat haben und nutze als Mittel dann die Delegitimierung, indem ich also Regierungsmitglieder verächtlich mache, indem ich dies und das in den Schmutz ziehe, was Regierungshandeln ist, damit delegitimiere, dann ist das Sache des Verfassungsschutzes. Weil das Ziel der betreffenden Gruppierungen besteht darin, einen Systemwechsel herbeizuführen. Wenn man aber keinen Systemwechsel will, sondern man setzt sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein und kritisiert die Bundesregierung, kritisiert das Bundesverfassungsgericht, macht sich sogar darüber lustig, dann ist das keine Aufgabe des Verfassungsschutzes. Weil hier geht es nicht darum, dass jemand eine Gefahr ist für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern diese Person nutzt die Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit und bestehende Missstände, meinetwegen auch nicht bestehende Missstände, sondern die der Einzelne annimmt, zu kritisieren. Und das darf er. Und das ist von der Verfassung geschützt. Und wenn der Verfassungsschutz diejenigen, die dieses Recht für sich in Anspruch nehmen, beobachtet, wird er selbst zu einer Gefahr für die Verfassung. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geäußert. Das wird so interpretiert, dass das auch auf sie bezogen wurde. Haldenwang sagte, die Behörde sei politisch neutral. Allerdings sei die Demokratie seit Kriegsende nie so gefährdet gewesen wie heute. Und ich denke, damit meint er auch Sie. Ich weiß nicht, ob er mich damit gemeint hat. Das müssten Sie ihn fragen. Ich sehe die Demokratie heute als gefährdet an. Und zwar von Bestrebungen von Personen, die auch in Regierungsparteien sind, die einen ganz anderen Staat wollen. Die eine sozialistische Republik wollen, die nicht mehr freiheitlich ist und schon gar nicht mehr demokratisch, sondern die einen demokratischen Zentralismus wollen, indem es eine Demokratie nur im Sozialismus gibt und keine Opposition gegen den Sozialismus. Und das ist für mich eine infrage stellende freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das sehe ich als eine große Gefahr an. Und wenn ich die Biografien von manchen Regierungspolitikern sehe, die aus der Antifa-Stamm- oder Antifa-nahe Bezüge haben, die Bezüge haben zur Roten Hilfe, die Bezüge haben, sind neomarxistischen oder maoistischen Gruppierungen, dann zeigt mir das, dass wir hier wirklich in ernster Gefahr sind. Und die Gefahr, die kommt hier vom Totalitarismus und zwar vom linksextremistischen Totalitarismus. In der Rheinischen Post hat die Journalistin Julia Radke ihren Prozess kommentiert. Sie ist der Ansicht, ihr gefährlichstes Alleinstellungsmerkmal sei ihr Behördenwissen. Ist es richtig, dass Sie wissen, wie Sie mit der Behörde umzugehen haben und dass das gefährlich ist? Das glaube ich nicht. Das ist hier ein, ich sage mal, eine juristische Auseinandersetzung. Dafür braucht man kein spezielles Insiderwissen. Es ist ein juristisches Kräftemessen und dass es hier beim Verwaltungsgericht geht und dann später wahrscheinlich in höheren Instanzen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat leben, dann werde ich ausgezeichnete Chancen haben, das Verfahren zu gewinnen. Ich sehe es jedenfalls als ein Präzedenzverfahren. Wenn der Verfassungsschutz befugt wäre, mich zu beobachten und diese 20 Seiten, in dem Bescheid an mich ausreichend sind, dann besteht die Gefahr, dass er noch Millionen weitere Menschen in Deutschland beobachtet. Da besteht die Gefahr, dass diese Leute in ähnlicher Weise diffamiert, diskreditiert und als rechtsextremistische Beobachtungsobjekte in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und das muss ich sagen, ist eine reale Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dafür, dass diese Gefahr nicht besteht, kämpfe ich jetzt. Sie sagen, wenn wir in einem Rechtsstaat leben, dann werde ich das auch gewinnen. Was ist denn, wenn Sie es verlieren? Also ich habe große Zweifel, dass ich das Verfahren verliere, weil ich der Überzeugung bin, unsere rechtsstaatlichen Instanzen funktionieren. Und wenn ich verlieren sollte, dann muss ich mir wirklich über meine Standortbestimmung Gedanken machen. Standortbestimmung heißt Standort Deutschland? Auswandern? Was meinen Sie damit? Nein, nein. Als Jurist, wie ich jetzt den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat wahrnehme. Wenn es möglich ist, dass Einzelpersonen aufgrund dessen, was mir mitgeteilt worden ist, beobachtet werden dürfen. Da habe ich wirklich Zweifel am Funktionieren der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Herr Maaßen, Sie sind mit der Werteunion mit einer eigenen Partei in die Politik gegangen. Wenn es jetzt richtig gut für Sie läuft, dann können Sie vielleicht sogar den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen oder Sachsen mitbestimmen. Wie würden Sie die Behörde ausrichten, wenn Sie Innenminister wären? Also es ist eine reine Spekulation. Da sind wir weit entfernt, denke ich mir, dass ich dies machen kann. Jedenfalls noch ein halbes Jahr mindestens entfernt. Aber ich sage Ihnen, wenn jemand von der Werteunion Innenminister würde, würden wir uns dafür einsetzen, dass der Verfassungsschutz die Aufgaben wahrnimmt, für die er da ist. Das sind schwere Aufgaben genug. Die Unterwanderung des Staates und seiner Institutionen durch Extremisten und hier sage ich vor allem von Linksextremisten zu stoppen, Spionage, Sabotage zu bekämpfen, aber auch den Extremismus auf der Straße durch Extinction, Rebellien und ähnliche extremistische Gruppierungen zu bekämpfen. Wenn Sie sich also gegen grünen oder linken Extremismus zur Wege setzen wollen würden, wäre das dann nicht die Aufgabe der politischen Neutralität der Behörde, wenn Sie als Innenminister oder jemand von der Werteunion da eingreifen würde und Richtlinien vorgeben würde? Also genau das, was Sie jetzt gerade dem Verfassungsschutz vorwerfen? Ich habe mich als Verfassungsschutzpräsident immer dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz sich aus dem politischen Diskurs raushält. Und aus dem politischen Diskurs raushalten heißt, keine Parteien zu beobachten. Deswegen ist zu meiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident auch auf meine Initiative hin die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet worden, obwohl die Partei Die Linke, weiß Gott, eine linksextremistische Partei ist. Ich bin mit der festen Überzeugung, Deutschland sollte endlich normal werden und einen Verfassungsschutz oder einen Geheimdienst haben, der sich aus dem politischen Diskurs raushält. Etwas anderes ist aber, wenn es eine gezielte Unterwanderung von staatlichen Institutionen oder auch von Parteien durch Extremisten gibt. Ich halte es für richtig, dass der Verfassungsschutz davor warnt, wenn beispielsweise Parteien von den grauen Wölfen einer türkischen extremistischen Organisation unterwandert werden. Gab es zu meiner Zeit, ich hatte damals die CDU davor gewarnt, ist bekannt, da ich es getan hatte, ist nichts passiert. Ich hatte gewarnt vor Islamisten, die in die Parteien reingingen, aber ich hatte auch gewarnt vor Linksextremisten, die versuchen, die Parteien in ihre Richtung zu drehen. Ist leider passiert. Die Parteien wollten einfach nicht drauf hören. Ich sehe es als eine Aufgabe eines Inlandsnachrichtendienstes, die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch insoweit zu schützen, dass Parteien nicht übernommen werden von extremistischen Gruppierungen, wie ich es jetzt in Teilen in Deutschland wahrnehme. Es sind jetzt noch rund fünf Monate bis zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In den Umfragen läuft die Werteunion bislang unter Sonstige, also wird gar nicht einzeln ausgewiesen. Wann starten Sie denn den Turbo? Ich glaube schon, dass wir von vielen Leuten wahrgenommen werden, aber noch nicht als Partei, die wirklich antreten will. Dafür hatten wir in den letzten Wochen auch wenig Chancen gehabt. Die Medien haben uns in Teilen totgeschwiegen oder in Teilen skandalisiert oder totgeschlagen als extremistische Partei. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten deutlich ändern. Wir haben jetzt ein vernünftiges Kampagnenkonzept auf die Beine gestellt und wie Sie sagen, wir haben noch knapp sechs Monate Zeit bis dahin und die werden wir auch nutzen. Hans-Georg Maaßen diente einst der Bundesrepublik und den Bundespräsidenten Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier. Mittlerweile ist der ehemalige Verfassungsschutzpräsident ein politischer Oppositioneller. Der Werteunion-Gründer klagt in Köln gegen den Verfassungsschutz. Er fordert die Beendigung der Beobachtung durch den Geheimdienst. Herr Maaßen, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir bauen unsere gesamte Energieversorgung um. Wir bauen unsere Autos neu. Wir bauen unsere Städte um. Fleisch verschwindet von der Speisekarte. Urlaub machen wir nicht mehr mit dem Flugzeug oder Auto, sondern mit dem Zug und am besten auf Balkonien. Wir alle schränken uns ein und zwar freiwillig. Und wenn wir das nicht freiwillig machen, dann gibt es eine Abgabe oder eine Steuer oder eine Strafe. Das ist die Realität oder das, was Klimaaktivisten für die richtige Realität halten. Der menschgemachte Klimawandel ist ein Megathema und beherrscht etliche Politikfelder. Aber was, wenn der menschgemachte Klimawandel eine Lüge ist? Wenn die These nicht wissenschaftlich ist? Was, wenn wir einem Betrug aufsitzen? Diese Thesen vertritt der Film Climate the Movie vom Regisseur Martin Durkin. Erschienen ist die Dokumentation im März. Zu sehen ist sie auf Englisch mit deutschen Untertiteln aktuell auch bei YouTube. Über diesen Film sprechen wir nun mit Professor Klaus Bitzer, der Geologe, forschte und lehrte an der Universität Bayreuth. Herr Bitzer, guten Tag. Guten Tag, Herr Wollme. Zunächst einmal zu den Protagonisten, die im Film auftreten. Einer von denen bezeichnet sich selbst als Klimaleugner. Wie seriös sind die Wissenschaftler, die da zu Wort kommen? Aus meiner Sicht sind das also ganz hochkarätige Wissenschaftler. Der bekannteste ist wahrscheinlich der John Clauser, der kürzlich den Nobelpreis gewonnen hat in Physik. Aber auch der Richard Linsen, ein ganz berühmter Mann, Meteorologe. Dann ein bekannter Geologe, Matthew Wilitzki. Und dann Steve Kunin, der in dem Film sehr viel zu Wort kommt. Ein ganz berühmter Physiker, der unter anderem auch den Präsidenten Obama beraten hat. Und ich glaube auch noch einige Präsidenten mehr. William Hepper, der an mehreren Universitäten, Harvard war das glaube ich, und noch einige andere berühmte Universitäten gelehrt hat. Also das sind aus meiner Sicht Leute, die also hervorragende Qualifikationen haben als Wissenschaftler. Clauser war auch derjenige, der sich als Denier bezeichnet hat, also als Leugner. Er hat allerdings den Physik-Nobelpreis gewonnen. Es sind also auch ältere Herren. Es wirkt so ein bisschen wie eine Hollywood-Komödie, wo ältere Herren nochmal so einen Bankraub planen. Also die setzen sich vor die Kamera und sagen dann sehr auch drastische Dinge. Es handelt sich um eine Lüge, um wissenschaftlichen Nonsens. Warum sind die so drastisch in ihren Aussagen? Ja, die sind so drastisch, weil, das sagt einer der Protagonisten ja auch in dem Film, das ist für einen jungen Wissenschaftler das Todesurteil, wenn man heutzutage den menschengemachten Klimawandel infrage stellt. Das ist das Karriereende. Und Wilitzki, der ist ja glaube ich auch noch als relativ junger Wissenschaftler aus der Universität entfernt worden, weil er kritisch diesem Thema gegenüber stand. Also das ist im Moment praktisch unmöglich, eine Gegenposition zu vertreten. Das bedeutet das sofortige Karriereende. Schauen wir uns mal ein paar Kernaussagen des Films an. Also in der ersten halben Stunde geht es um die Frage, ob es derzeit tatsächlich warm auf der Erde ist. Kernaussage ist, früher war es viel wärmer als heute und wärmere Perioden waren gut für die Menschheit. Wie sehen Sie als Geologe diese Aussagen? Also gut für die Menschheit, das ist finde ich eine sehr globale Aussage. Tatsache ist, dass Menschen in tropischen Gebieten sehr gut leben und dass in den kalten Bereichen der Erde das Leben schwerer ist als in den klimatisch angenehmeren Bereichen. Wenn man es also jetzt auf geologische Zeiträume ausdehnt hat, haben die Leute natürlich absolut recht. In früheren Zeiträumen waren die Temperaturen auf der Erde erheblich höher. Beispielsweise im Jura, also vor 150 Millionen Jahren, geht man davon aus, zwölf oder sogar noch mehr Grad Celsius höhere Temperaturen als heute. Im Paläogen, also das, was früher als Altherz hier bezeichnet wurde, auch da waren die Temperaturen wesentlich höher, also über zehn Grad höher als heutzutage. Wenn man von einer Durchschnittstemperatur der Erde in der Erdgeschichte reden wollte, dann läge die mit Sicherheit sieben, acht Grad über dem, was wir heute haben, wenn es so etwas wie eine Durchschnittstemperatur gibt. Und Tatsache ist einfach, dass wir immer noch in einer Zwischeneiszeit leben. Das ist also keine Warmzeit, sondern es ist eine Eiszeit, die im Moment ein bisschen wärmer ist. Aber wir haben Vereisungen und das ist keineswegs der Normalfall in der Erdgeschichte. Also wir haben die Vereisung der Antarktis. Erstmals zu Beginn des Oligozenes, also so vor etwa 35 Millionen Jahren, da ist erstmals eine Vereisung der Antarktis festzustellen. Gegen Ende dieses Zeitalters des Oligozenes taut die Antarktis wieder auf und dann vor zwölf Millionen Jahren fängt sie wieder an zu vereisen. Also die Tatsache, dass die Kohlkappen vereist sind, das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass sie nicht vereist sind. Wir leben also immer noch in einer Eiszeit und das wird in dem Film vollkommen richtig dargestellt. Die Herausforderung ist ja, dass wir jetzt hier über die nächsten Jahrzehnte Menschheitsgeschichte sprechen, vielleicht über die nächsten zwei Jahrhunderte Menschheitsgeschichte. Aber Sie reden hier über Millionen von Jahren oder wenigstens Hunderttausenden. Also kann man überhaupt Klimapolitik machen, wenn man nur auf diesen relativ kurzen Zeitraum schaut? Oder muss man überhaupt Klimapolitik machen? Aus meiner Sicht ist es vollkommen sinnlos, Klimapolitik machen zu wollen. Weil die Prozesse, die das Klima steuern, die sind vollkommen jenseits dessen, was wir irgendwie beeinflussen können. Also in dem Film wird ja auch vollkommen richtig gezeigt. Wir leben im Moment in einer Zeit, wo die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf einem absoluten Minimum ist. Also so niedrig war die CO2-Konzentration seit dem Beginn des Paleozoikums nicht. Wir hatten also früher CO2-Gehalte, die 20 Mal höher waren als heute. Die sind zwischendrin gesunken und dann wieder gestiegen. Also wir hatten im Perm eine Phase, wo die CO2-Gehalte mal ähnlich niedrig waren wie heute. Dann sind sie wieder angestiegen. Aber das CO2 befindet sich heute auf einem absoluten Minimum. Und das ist ein Sachverhalt, der wird vollkommen ignoriert in der öffentlichen Diskussion über das CO2. Wenn jetzt also erhöhte CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre gemessen werden, dann ist das immer noch vollkommen unbedeutend im Vergleich zu dem, was in früheren Zeiträumen in der Atmosphäre war. Jetzt liegt mir hier eine Grafik des Schweizer Portals Watson vor. Und da sieht man die historische CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Und da ist ein massiver Anstieg von 1680 bis 2021 zu sehen. Also scheint es ja durchaus so zu sein, laut dieser Grafik jedenfalls, dass die Konzentration von CO2 deutlich ansteigt. Also das bezweifle ich nicht, dass die Konzentration von CO2 ansteigt. Aber ich bezweifle, dass das menschengemacht ist. Und Sie sagen 1680? Was für eine Jahreszahl haben Sie da genannt? Ja, 1682, da lag es bei 274 Teilen pro Millionstel und jetzt liegt es bei 416. Ja, also das Industriezeitalter oder der Zeitraum, wo die CO2-Gehalte durch industrielle Tätigkeit steigen, das beginnt eigentlich erst ab 1940. Davor ist das relativ unbedeutend. Und die CO2-Gehalte in der Atmosphäre, die werden vor allem gemessen auf Hawaii, auf einem Observatorium auf dem Mauna Loa. Sie wissen, Hawaii ist eine vulkanische Insel. Und dieses Laboratorium, das befindet sich oben auf dem Gipfel, etwa 150 Meter entfernt von einer Spalte, aus der heiße Gare austreten. Und zu diesen vulkanischen Gasen gehört auch CO2. Ein Kollege von mir in Bayreuth, der hat also immer gesagt, diese Messungen in Hawaii, die sind bedeutungslos. Weil wenn man das Messgerät direkt neben eine solche Vulkanspalte aufstellt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dort CO2-Konzentrationen gemessen werden, die halt auch durch die Exhalationen dieser vulkanischen Gase zustande kommen. Selbst wenn es also tatsächlich durch die industrielle Tätigkeit hervorgerufen würde, dann muss ich sagen, die CO2-Gehalte sind niedrig in der Atmosphäre. Auch das ist ja ein Punkt, der in dem Film vollkommen zu Recht angesprochen wird. Wenn die Gehalte niedriger als 200 ppm werden, im Moment sind sie also über 400, wenn sie niedriger als 200 ppm sind, dann haben die Pflanzen tatsächlich ein Problem. Und wenn sie niedriger als 100 sind, dann hören die Pflanzen langsam auf zu arbeiten. Und ich sehe die größere Katastrophe, wenn die Pflanzenwelt aufhört zu existieren, dann hört auch die Tierwelt auf zu existieren. Das ist aus meiner Sicht die viel größere Gefahr. Also diese ppm, die da jetzt ansteigen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht beunruhigend. Zumal die Temperaturentwicklung auf der Erde zumindest mit abhängt von anderen Faktoren. Und auch da wird in dem Film ganz richtig darauf hingewiesen, die Aktivität der Sonne spielt da eine ganz große Rolle. Leider hat man da eine Abbildung nicht gezeigt, die sonst immer gerne auch gezeigt wird, nämlich der Zusammenhang zwischen der Länge der Sonnenfleckenzyklen und der Temperaturentwicklung. Das ist eine derartig auffällige Korrelation, dass man einfach sagen muss, das ist eindeutig auch eine Sache der Aktivität der Sonne, was die Temperaturen auf der Erde steuert und nicht die CO2-Gehalte. Vielleicht darf ich mal aus der Süddeutschen Zeitung zitieren. Und da lasen wir im Oktober 2021. Ohne Zweifel, der Mensch ist die Ursache des Klimawandels. Zu diesem Schluss kommen 99,9 Prozent aller Studien zu dem Thema. Der Amerikaner Mark Linners habe das ausgewertet. 88.000 wissenschaftliche Studien zum Klimawandel wurden ausgewertet und 28 Arbeiten haben ihn angezweifelt, den menschgemachten Klimawandel. Das müsste Sie doch auch überzeugen. Überhaupt nicht. Nein, das ist also, finde ich, ein ganz dürftiges Argument. Abgesehen davon, es gibt auch andere Zählungen. Aber diese Zählungen sind vollkommen unerheblich aus meiner Sicht. Also Theorien werden nicht durch Mehrheitsentscheidungen bewiesen. Diese Vorgehensweise zeigt, dass da was in der Wissenschaft gerade fürchterlich falsch läuft. Wissenschaftler müssen versuchen, ihre eigenen Theorien zu falsifizieren und nicht zu verifizieren. Also das ist eine Vorgehensweise, die von Popper als Teil des kritischen Rationalismus als wichtigstes Grundprinzip der Wissenschaften verankert ist. Man muss versuchen, die eigenen Theorien zu falsifizieren und nicht zu verifizieren. Aber in dem Film wird das ja, vor allem im zweiten Teil des Films, wird das ja sehr schön auch erklärt, warum das so ist. Das Ganze funktioniert dadurch, dass halt Wissenschaftler gefördert werden von staatlichen Institutionen, indem sie ein Problem formulieren, das sie angeblich erforschen können oder sogar lösen können. Und je schlimmer das Problem ist und je mehr Lösungen angeboten werden, umso mehr Geld fließt. Heute, wenn man also einen Forschungsantrag stellt, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dann verbessern sie die Chancen für die Genehmigung eines solchen oder Finanzierung eines solchen Forschungsvorhabens ganz erheblich, wenn sie sagen, das ist wichtig wegen des Themas Klimawandel, weil das könnte eine Bedeutung an dieser und jener Stelle haben. Das heißt, sie sind im Grunde gezwungen, dieses Lied mitzusingen vom Klimawandel, um ihre Forschungstätigkeit weiter zu finanzieren. Aber nicht nur da. Wenn Sie überlegen, mittlerweile hat ja jedes Landratsamt in Deutschland einen Klimabeauftragten, da stecken mittlerweile Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jobs auch mit dran. Und keiner ist bereit zu sagen, das ist eigentlich eine Sache, die nicht wichtig ist oder ich sehe kein Problem. Und das bedeutet sofort, dass kein Geld mehr fließt. Das ist der Grund, warum viele Leute Artikel schreiben, in denen dann der ein oder andere Form gesagt wird, der Klimawandel ist real und es ist ganz wichtig und ganz schlimm. Climate the Movie ist ein neuer Dokumentarfilm zur Klimadebatte. Der Film ist derzeit mit deutschen Untertiteln auf YouTube zu finden. Außerdem gibt es bereits eine kritische Auseinandersetzung mit dem Film auf Englisch. Die finden Sie auf skepticalscience.com. Wir sprachen über den Film mit dem Geologen Professor Klaus Bitzer. Herr Bitzer, herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Die Vögel singen, die Temperaturen steigen, die Triebe treiben und vielleicht suchen auch sie nach Frühlingsgefühlen. Vielleicht fehlt ihnen noch ein Deckel für ihren Topf, ein Partner fürs Leben. Dann haben wir jetzt ein Tipp für Sie. Gehen Sie in die Politik. Hier kommt der Kommentar des Tages von Frank Warlich. Die grüne Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt ist mit einem der obersten der evangelischen Funktionäre zusammen. Der Mann ist auch für die Unterstützung der sogenannten Seenotretter im Mittelmeer verantwortlich. Der Bund, also der Steuerzahler, sponsert diese Retter mit Millionen. Ein Schelm, wer denkt, die Liaison hätte etwas damit zu tun. Ich habe da nicht unmittelbar Einfluss genommen. So die verbandelte Grüne. Der Zufall ist schon ein seltsames Ding. Der Ehemann der schleswig-holsteinischen Ministerin Aminetta Touré ist Büroleiter einer grünen Abgeordneten aus eben diesem Bundesland aus eben dieser Partei. Zufall oder Bestenauslese? Die bayerische Fraktionschefin der Grünen ist mit dem baden-württembergischen Finanzminister verheiratet. Der Querbeauftragte der Bundesregierung ist mit einem grünen Spitzenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen zusammen. Eine grüne Ministerin aus demselben Bundesland heiratet eine grüne Ministerin aus Sachsen. Der CDU-Politiker Wanderwitz, ein Merkel-Apologie, ist mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages zusammen ein gemeinsames Kind. Zur Liebe kommt der gemeinsame Arbeitsplatz und die Bezahlung durch den Steuerzahler. Ein politisches Power Couple, wie man so schön sagt. Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Noch eins. Der Lebenspartner ihrer Parteifreundin Mohamed Ali wird wohl Europaabgeordneter. Der regierende Berliner Bürgermeister macht seine Freundin zur Senatorin oder ist es umgekehrt? Für die Frau von Olaf Scholz fand sich immer ein Ministeramt im Parteiumfeld ihres Mannes. Die private Verbindung, emotionaler Zufall. Das Amt, nichts anderes als Bestenauslese und Befähigung zum Regieren. Das Private ist doch nicht politisch. Oder doch? Familienpower herrschte in Habecks Wirtschaftsministerium, bevor die Familienbande zum Würgen eng wurden und Staatssekretär Kreichen über Wärmepumpe, Stellenvergabe und Trauzeugengedöns aus dem Amt stolperte. Politische und persönliche Freunde waren Staatssekretäre wie im Außenministerium. Annalena Baerbock machte eine Greenpeace-Funktionärin zur Staatsministerin und den deutschen Pass gab es für die Amerikanerin obendrauf. Der kurze persönliche und ideologische Draht zum grünen Vorfeld und zu internationalen Geldgebern. Weiter geht's im Reigen der romantisch-politischen Gefühle. Politiker und Medien ein weiteres Kapitel. Der CDU-Politiker Jens Spahn und ein Fokusmanager. Der Finanzminister und die Journalistin. Der linken Spitzenpolitiker und die Journalistin. Das sind alles keine Lokalschreiber vom Hintertupfinger Amtsblatt. Das Zwischenmenschliche auf Augenhöhe. Man bindet sich im selben Milieu. Dann Politiker, deren Partner auf Amtssesseln Platz nehmen oder in Lobbyorganisationen arbeiten. Natürlich Bestenauslese. Verdient durch Leistung und Befähigung, nicht durch Beziehung und Testosteron. Es gibt nichts zu verurteilen. Es gilt nur festzuhalten. Festzustellen ist, es gibt eine politische Elite. Festzuhalten ist, Zuneigung und politischer Einfluss widersprechen sich nicht. Es hat sich ein politischer Komplex herausgebildet. Man bleibt unter sich, man geht Verbindungen untereinander ein, nicht unähnlich dem Adel in früheren Zeiten. Viele Verbindungen sind unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle, aber es gibt sie und sie wirken. Die Elite ist etabliert und kann auch nur schwer wiedergewählt werden. Man bleibt unter sich und versorgt sich mit Politposten und Staatsknete und Pensionsansprüchen. Wenn man die Beziehungen der Politiker untereinander diese Spinnenfäden eines politischen Netzes anspricht, dann kann es geschehen, dass man der Unsachlichkeit geziehen wird. Das Intimprivate gehe doch niemanden etwas an. Das Politische sei davon doch nicht betroffen. So kann man antworten. Man kann auch sagen, über Eliteverbindungen zu sprechen. Delegitimiere den Staat. Gebe freie Bahn den Verdächtigungen. Sei doch Hetze und sei gemein. Könne bald sogar strafbewehrt sein. Wenn persönliche Beziehungen in die Politik hineinreichen, was bedeutet das für die Politik und für die Demokratie? Was bedeutet das für das Vertrauen der Bürger in die Demokratie? Nur eine Frage und ich frage nicht für mich, sondern für einen Freund. Nicht, dass der Verfassungsschutz aufmerksam werde und mich hole. Den Freund mag er holen. Der weiß um noch viele weitere Beispiele. Deshalb hat er auch gefragt. Ganz harmlos. Er weiß nicht mehr, ob er den Politikern Vertrauen vermag. Er ist etwas ratlos, dieser Freund. Das war Frank Warlich mit unserem Kommentar des Tages. 20.000 Elefanten spazieren durch das Berliner Regierungsviertel. Sie fressen die Bäume in der Straße unter den Linden und jagen die Ampelkoalition durch die Straßen. Das ist keine Zukunftsvision, das ist ein Versprechen. Der Präsident von Botswana, Mokwezi Malisi, hat angekündigt, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Damit protestiert er gegen die Pläne von Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Wenn afrikanische Politiker über Deutschland sprechen, kommt immer häufiger der Vorwurf von Rassismus oder Neokolonialismus. Warum ist diese Beziehung so gestört? Und was ist jetzt eigentlich mit diesen Elefanten? Wir schalten nach Südafrika zu Wolfgang Drexler. Der Journalist lebt am Kap und ist Auslandskorrespondent für mehrere Wirtschaftszeitungen. Herr Drexler, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Gollmer. Also das Bild dieser 20.000 Elefanten in Deutschland oder Berlin ist erstmal kurios, aber es ist ja schon was dran. Was ist der Hintergrund? Das Ganze beruht also auf einer diplomatischen, ja, Verstimmung, besser vielleicht sogar zutiefst diplomatischen Verärgerung im südlichen Afrika über die jüngsten Pläne der Grünen und von deren Umweltministerin Steffi Lemke. Und die wollen nämlich den Import von Jagdtrophäen aus dem ganzen südlichen Afrika einseitig und zwar stark beschränken, möglicherweise sogar verbieten. Und das alles ohne die afrikanischen Länder zuvor irgendwie auch nur konsultiert zu haben. Und genau das hat nun also die Regierung von Botswana und Namibia gegen Deutschland oder die Bundesregierung in Rage gebracht und wurde, das kann man auch mal dazu sagen, von der Bild-Zeitung, also dem Kollegen Sebastian Geißler vorbildlich recherchiert, weil die sind offenbar an Dokumente gekommen, die also diese Verstimmung ausgedrückt haben, zunächst mal in Namibia, dann nachfolgend in Botswana und hat das also ausgegraben und dann soweit geführt, dass es nachher jetzt sogar mit diesen Interviews weitergegangen ist mit Botswanas Staatschef, der ja noch ganz andere Sachen außer den Elefanten in Deutschland ins Stammbuch geschrieben hat. Der hat ja auch erstmals klare Aussagen zur deutschen Migrationspolitik gemacht und und und, die also für Verblüffung gesorgt haben. Und das ist also auf, wenn man es mal salopp sagt, auf deren Mist gewachsen, also eine ganz vorbildliche Recherche. Also das deutsche, schweizer oder österreichische Verständnis von Wildtieren ist vielleicht ein anderes als das afrikanische. Bei uns ist der Elefant Benjamin und der Eisbär heißt Knut und die Elefanten bei uns im Zoo haben bestimmt auch Namen. Wie ist es denn in Afrika? Welchen Stellenwert haben Elefanten da? Ja, also einen ganz anderen Stellenwert eben. Der Elefant hier gilt nicht nur eben als milder oder gutmütiger Gigant, sondern ist eben auch, gerade durch seine explosionsartige Vermehrung im Südteil des Kontinents, für die Zerstörung weiter Landschaften verantwortlich. Vor allem, wenn die Population nicht eingeschränkt wird. Und er führt zum unter anderem, um das mal jetzt ein bisschen drastisch zu sagen, zum Verschwinden auch gewisser Pflanzen und Tierarten. Es gibt dann verödete Landstriche sogar, wo dieser Elefant wie eine Art Bulldozer da durchflügt und auch Bäume entwurzelt. Experten sprechen deswegen auch zum Teil sogar von einer ökologischen Zeitbombe, auch weil er natürlich wenige natürliche Feinde hat. Also ein ganz anderes Bild hier im südlichen Afrika, wo der Kleinbauer für gewöhnlich vom Elefanten gefährdet ist. Und genau aus dem Grund haben ja auch diese Regierung jetzt in Namibia und Botswana so vorbildliche Programme erlassen, damit diese Kleinbauern, die sonst diese Elefanten einfach abschießen würden, ein Interesse daran haben, jetzt mit den Elefanten zusammenzuleben in einer Art biologischen Symbiose. Und das wird ihnen jetzt eben quasi kaputt gemacht durch diese Vorschläge, dass man die Elefanten nicht mehr abschießen darf und damit diesen Dorfgemeinschaften auch Geld zuführen kann, die die eben für eigene Zwecke benutzen können. Aus Sicht von europäischen Umweltschützern klingt das natürlich jetzt, ich sag mal, pervers. Also da kommt ein Deutscher oder ein Amerikaner, ein Belgier, ein Franzose mit seinem Gewehr nach Afrika. Dort wird ihm dann der Löwe vor die Flinte getrieben. Er erschießt den und zahlt dafür 20.000 oder beim Elefanten 50.000 Euro. Aus der Sicht der europäischen Tierschützer. Irgendwie geschmacklos. Ja, das mag ja sein. Für die Dorfbewohner hat das eben aber ganz im Gegenteil einen durchaus hohen ökonomischen Nutzen. Weil diese Tiere ja sonst einfach in ihre Felder, teilweise in ihre Dörfer einbrechen und die würden sonst einfach rücksichtslos niedergeschossen werden. So kriegt man nun also Leute, die das professionell übernehmen, dafür Geld bezahlen und dieses Geld fließt eben in die Entwicklung der jeweiligen Dorfgemeinschaften oder auch Länder. Ist ja nicht nur das, ist ja auch ein Tourismus mit verbunden. Botswana hat ja 40 Prozent seiner Landfläche unter Naturschutz gestellt, hat deswegen einen Luxustourismus gezogen, der dem Land sehr viel Geld einbringt. Wenn man das jetzt alles praktisch in Frage stellt, indem man den Großwildjägern keinerlei Gelegenheit mehr gibt, diese Profäen damit einzusammeln, die es ja im Endeffekt auch beim normalen Abschuss gäbe, die dann bloß eben nicht ausgestellt oder in irgendeiner Weise präpariert würden, dann würde das ja eine klassische Loose-Lose-Situation werden, die so aber den Dorfbewohnern wie eben auch dem Land selber zugute kommt. Aus Sicht von Steffi Lembke geht es ja um eine deutsche Entscheidung. Deutschland entscheidet, was in Deutschland eingeführt werden darf. Dementsprechend ist es auch keine Einmischung in namibische oder boswanische Angelegenheiten. Wenn die Botswaner oder die Namibier uns kritisieren, ist es eine Einmischung in deutsche Angelegenheiten. Es ist doch quasi eine gut gemeinte Entscheidung für das Ausdeutschland, die eben vorgibt, Elefanten zu schützen, aber die für die Länder selber ganz konkrete und verheerende Ausführungen hat, die ich gerade versucht habe darzustellen. Welche Einnahmen den verloren geht, zumal diese Länder ja alle Agrarländer sind, die ja kaum irgendwelche Industrie haben, die also genau von dem Export von Fleisch oder von Trophäen oder von irgendwelchen landwirtschaftlichen Produkten abhängig sind. Und ich finde es schon sehr anmaßend, dass man sich dann hinstellt und diesen Ländern sagt, das dürfte exportieren, das geht überhaupt nicht, das nehmen wir euch vielleicht gerade nochmal ab. Das finde ich also doch reichlich verlogen. Deswegen versuchen ja auch die Grünen in anderer Hinsicht zu machen. Sie versuchen das zum Beispiel bei der Energiepolitik zu machen. Da sagen sie hier diesen Ländern im Süden der Welt, gerade im südlichen Afrika, sie dürften gewisse Energieformen nicht mehr benutzen, wie Kohle, von denen Südafrika zu 80 bis 90 Prozent abhängig ist. Man möchte auch keine fossilen Projekte in Afrika mehr finanzieren, soll die Weltbank nicht mehr machen. Gleichzeitig hat man das selber in Europa gemacht all die Jahre und verbietet jetzt diesen Ländern, die dringendst Energie benötigen, sagt man, das geht so nicht. Noch ein Aspekt dazu, gleichzeitig importiert Deutschland aber jede Menge Kohle aus Südafrika gerade, weil man eben wieder Kohlekraftwerke angeschaltet hat im Rahmen der Ukraine-Invasion von Herrn Putin und jetzt Kohle weltweit sucht. Man verbietet so einerseits den Ländern selber ihre Kohle zu benutzen oder weiter zu fördern und importiert sie gleichzeitig nach Deutschland. Und das ist dasselbe für mich in sehr ähnlicher Weise jetzt mit den Tieren, dass man eine absurde Politik verfolgt. Man möchte Länder entwickeln und zerstört ihnen den Wirtschaftsast, den sie entweder brauchen, um energietechnisch zu wachsen oder eben in dem Fall jetzt touristisch oder auch einfach wirtschaftlich, landwirtschaftlich. Ich fasse mal zusammen. Sie haben gerade Vizekanzler Robert Habeck angesprochen mit der Wasserstoffstrategie für Namibia. Dann haben wir Steffi Lemke mit den Jagdtrophäen. Und in die Reihe gehört auch noch Außenministerin Annalena Baerbock. Sie war ja mehrfach in Afrika. Dabei hat sie unter anderem erklärt, wo Toiletten im Dorf gebaut werden müssten. Und bei der Begrüßung hat sie die Männer erstmal links liegen gelassen und zuerst die Frauen begrüßt. Es sind also schon drei grüne Spitzenpolitiker. Ist es eine typisch grüne Haltung mit dem afrikanischen Kontinent in gewisser Form umzugehen? Ja, ich glaube, dass das in der Tat der Fall ist. Es gibt natürlich gewisse Formen, gewisse heilige Gesetze für die Grünen. Zum Beispiel, dass Grüne per se gegen die Jagd sind oder dass Grüne keine Atomkraft oder keine Kohlekraft haben wollen. Und die werden dann ziemlich rigoros, ja brachial auf alle Weltgegenden umgesetzt. Nun ist nun dummerweise bei den Grünen hier im südlichen Afrika ein bisschen was dazwischen gekommen. Nämlich, dass jetzt plötzlich Vorwürfe im Raum stehen, man verhalte sich durch diese Vorgaben aus Deutschland neokolonial oder rassistisch. Nämlich, indem man eigene deutsche Vorschriften erlässt, die wiederum Afrikas Nationen vorschreiben, womit sie ihr Geld verdienen dürfen und womit nicht. Und dann wird es doch ein bisschen schwierig mit dieser einen grünen Wahrheit, die vorgibt, alles muss so laufen. Eine Welt kann nur ohne Atomstrom existieren. Eine Welt, da dürfen keine Tiere gejagt werden und und und. Ist ja nicht so, dass es nur in Afrika vielleicht so wäre. Man hat das selbe Problem ja auch in Deutschland mit dem Wolf. Den hat man da jetzt geschützt, wie man das auch so ein bisschen mit den Elefanten machen will. Und jetzt reißt der Schafe in Deutschland. Man merkt plötzlich, oh Gott, oh Gott, ist ja vielleicht doch nicht ganz so einfach. Vielleicht werden auch noch Menschen da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Also die Grünen merken jetzt eher schmerzlich, wie viele ihrer gut gemeinten Gesetze an der harten Realität zerschellen. Diese wertegeleitete Außenpolitik von Annalena Baerbock bedeutet ja beispielsweise auch ganz klar Frauenförderung. Heißt ja auch hier und da mal feministische Außenpolitik. Und da hat man sich also Afrika angeschaut. Man hat festgestellt, seit Jahrzehnten gebeutelt von Kriegen und Bürgerkriegen und das waren männliche Machthaber. Und darum fördert man jetzt also die Rechte der Frauen in Afrika, sodass Afrika möglicherweise anders wird. Von Frauen geführt und friedlicher. Wie stehen die Chancen? Die stehen momentan denkbar schlecht. Es gab mal eine Staatspräsidentin in Liberia, Frau Johnson Sirleaf. Vor drei, vier Jahren inzwischen ist nur noch eine übrige in Tansania, die erste muslimische Staatschefin, in einem Kontinent mit 54 Ländern. Also die Rolle der Frauen im Kontinent ist auch deshalb erschwert durch diese extrem patriarchalische, also von Männern dominierte Wirtschafts- und Politiklandschaft. Und das wird man eben kaum mit solchen Maßnahmen wie Toiletten am Feldrand oder ähnlichen bekämpfen, indem man zum Beispiel ein Thema mal auf die Tagesordnung hebt wie Bevölkerungskontrolle. Bei den Frauen, die überhaupt keine Mitsprache haben, die können gar nicht verhüten, weil der Mann das verhindern möchte. Weil Kinder oftmals auch zu Recht natürlich in gewissem Maße als der große Segen gelten, aber eben in zu großem Maße ein Problem für die Entwicklung der Länder darstellen. Frauen haben da nichts zu melden. Auch bildungstechnisch werden Mädchen zum Beispiel, die dann schwanger werden, dürfen nicht mehr zur Schule gehen und und und. Also ich meine, da müsste man sich erstmal die kulturelle Dimension ein bisschen genauer angucken, um dann auch durch weitreichende Entscheidungen zu treffen, wir werden mal unsere feministische Außenpolitik auf Afrika umsetzen. Und wenn man das schon nicht mal im Iran schafft beispielsweise, wo man die Frauen, die dafür mehr Freiheit gleich um die Ecke demonstrieren, wenn man die nicht mal unterstützt bekommt, dann hat man in Afrika das alles noch ungleich schwieriger. Und wenn ich vielleicht einfach nochmal anfügen darf, Afrika guckt übrigens auch mit einigem Befremden auf die deutsche Migrationspolitik. Der von der Bild-Zeitung interviewte Staatschef von Botswana hat ja nicht nur sich über die Elefanten beklagt und die Einmischung. Er hat den Deutschen ja auch ins Stammbuch geschrieben, dass er sich doch einige Sorgen über diese sehr idealistischen Positionen der deutschen Regierung mache, jeden reinzulassen, weil dies eben nach seinem Empfinden zu rassistischen, ausländerfeindlichen Tendenzen führe. Und hat angeraten, Deutschland sollte doch mal ein bisschen mehr Pragmatismus üben und eben nicht die Grenzen wahllos öffnen. Vor allem, weil Afrika auch seine jungen Menschen zum Großteil für sich, vor allem die gut ausgebildeten Menschen für sich benötigen, um diesen doch zurückgebliebenen Kontinent zu entwickeln. Also es sind einige Sachen, wo sich Afrika vorgeführt sieht. Es gibt übrigens, was aber nicht ausschließt, um das noch anzufügen, dass der Westen natürlich eine Meinung hat. Es ist genauso, wie es bedrückend ist, dass sich Afrika diesen autoritären Regimen zuwendet. Es ist eben doch auch erstaunlich, wie stark Afrika zum Beispiel im Nahostkonflikt hinter den Palästinensern sich sammelt. Und ich denke, und auch Israel verdammt für das, was es tut einfach. Und da denke ich, hat man schon das Recht, auch als Deutscher mal zu sagen, hoppla, wir haben eine eigene Vergangenheit. Wir müssten das hier ein bisschen anders spielen, als ihr das tut. Und es geht einfach nicht so, dass ihr euch hier mit euren antiwestlichen Ressentiments in eine ganz andere Richtung begebt und von uns alles Geld der weltweiten Entwicklungshilfe und Ähnlichem einfordert. Ich will damit nur betonen, es hat eine Ambivalenz. Das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr sagen sollen, weil wir sollten uns sehr genau überlegen, bei welchen Punkten wir etwas sagen und sollten auch mal darauf gucken, was die Folgen für Afrika dieser von uns vorgeschriebenen Forderungen eben wären. Wie wir das hier eben anhand der Elefanten oder auch der Energiefrage oder der feministischen Außenpolitik ein bisschen exemplarisch versucht haben, durchzudeklinieren. Im Mai 2023 haben sich rund drei Dutzend Prominente mit einem offenen Brief an die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lembke gewendet. Guido Maria Kretschmer, Wolfgang Job, Katja Riemann und andere forderten ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen. Die Ministerin breitet nun tatsächlich eine solche Regelung vor und erzürnt damit die Partner in Afrika. Darüber sprachen wir mit Wolfgang Drechsler, Afrika-Korrespondent unterschiedlicher Wirtschaftszeitungen unter anderem des Handelsblatts. Herr Drechsler, herzlichen Dank. Ich danke für das Interesse, Herr Urheiner. Alles Gute. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Wir sprachen mit Dr. Hans-Georg Maaßen über seinen Konflikt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Mit dem Geologen Professor Klaus Bitzer ging es um das Weltklima und die Frage nach dem menschlichen Anteil daran. Außerdem sprachen wir mit Wolfgang Drechsler über den Vorwurf des Neokolonialismus und Rassismus. Afrikanische Politiker haben das deutschen grünen Politikern unterstellt. Ich bin Benjamin Gollme und darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Mein letzter Hinweis für Sie. Heute Abend ab 20.05 Uhr freut sich Bernhard Lassan auf Sie. In seiner Sendung Unter Freunden geht es heute um eine Legende der Musikgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017